Die SPD hat jetzt einen neuen Angriff auf die AfD gestartet und diesmal überschreiten sie eine rote Linie. Die SPD will jetzt sogar die Verfassung ändern, nur um die AfD zu verhindern. Also das ist wirklich geisteskrank. Alle Details in diesem Video. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin es mittlerweile richtig leid. Jeden Tag liest man Nachrichten darüber, wie die Altparteien unsere Demokratie vor der AfD verteidigen wollen. Und dabei greifen sie selbst zu völlig antidemokratischen und kriminellen Methoden. Und das machen sie eben nicht, um die Demokratie zu verteidigen, sondern nur um ihre eigene Macht und ihre eigenen Jobs nicht zu verlieren. Und ich meine klar, jeder Mensch würde ja seinen eigenen Job gegen die Konkurrenz verteidigen. Aber doch bitte nicht mit antidemokratischen Mitteln. Stell dir mal vor, du bist in einer Firma und hast dort einen Kollegen, ja? Und einer von euch beiden soll jetzt befördert werden. Der normale Weg wäre doch, dass du jetzt mehr Leistung zeigst, um damit die Chance auf deine Beförderung zu verbessern. Aber der Weg der Altparteien ist, dass sie deinen Kollegen einfach grundlos verbieten, sodass sie selber nur noch für die Beförderung übrig bleiben. Und das ist wie gesagt antidemokratisch und illegal und genau so regieren unsere Parteien. Und das Krasse ist, die Parteien verstecken ja diese antidemokratische Haltung nicht mal. Sie kommunizieren es komplett nach außen. Und wie dreist und wie kriminell die Altparteien vorgehen, das zeigt jetzt ein neuer Fall von der SPD. Die SPD würde jetzt wirklich allen Ernstes die Verfassung ändern, nur um die AfD zu verhindern. Die Welt schrieb heute, Thüringens Innenminister regt Verfassungsänderungen an, um AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Vor der Landtagswahl schlägt Thürings Innenminister eine Anpassung des Verfassungsartikels zum Ministerpräsidentenwahl vor. Die jetzige Formulierung schließe nicht aus, dass ein Kandidat mit nur einer Stimme gewählt wird. Das Land drohe in ein Desaster hinein zu schlafwandeln. Alter Schwede! Wie kriminell muss man denn bitteschön sein, um sogar die Verfassung zu ändern, nur um die politische Konkurrenz zu verhindern? Also hier kann man wieder ganz, ganz deutlich sehen, wie hochkriminell die SPD ist und welche geisteskranken Vorschläge machen. Jeder aufrichte Demokrat in diesem Land sollte jetzt wirklich aufstehen und der SPD seine Stimme versagen. Wenn eine Partei solche antidemokratischen Mittel benutzt, dann hat sie wirklich jedes Recht verwirkt, in diesem Land zu regieren. Und die Welt schreibt weiter, Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD schaut angesichts des Zuspruchs für die AfD mit großer Sorge auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Zurecht! Die Demokratie ist unter Druck und zwar auf eine Art, die wir bisher nicht kannten, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Die Rechtsextremisten der AfD um Björn Höcke versuchen, die Demokratie mit allen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen. Höcke ist AfD-Landeschef und Fraktionschef im Thüringer Landtag. Wir Demokraten müssen uns dem Kampf stellen, für den wir bisher noch schlecht gerüstet sind. Also schaut euch mal diese behinderte und bekloppte Begründung an. Der SPD-Mann sagt allen Ernstes, dass die AfD versucht, die Demokratie mit allen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen. Und deswegen schlägt er jetzt selber vor, die Demokratie mit allen Mitteln von innen auszuhöhlen. Der große Unterschied ist nur, die AfD bekämpft nicht, wie behauptet die Demokratie, die SPD aber schon. Wie man an diesem Vorschlag zur Änderung der Verfassung deutlich sehen kann. Und da frage ich mich echt, hört sich dieser Georg Mayer von der SPD selber reden? Hört er sich selber reden, welchen Schwachsinn der da labert, ja? Jeder mit ein paar funktionierenden Gehirnzellen kann diesen Mann nach dieser Aussage doch nicht mehr ernst nehmen, ja? Ich habe echt das Gefühl, unsere Politiker werden geistig immer degenerierter, wenn sie solche Vorschläge bringen und das auch noch ernst meinen. Und gerade die Politiker aus Thüringen, die sollten hier mal ganz, ganz ruhig sein, nach dem, was da bei der letzten Wahl 2020 in Thüringen passiert ist. Eventuell erinnert ihr euch ja noch, dass damals der FDP-Mann Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gemacht wurde und sogar Ex-Bundeskanzlerin Merkel diese Wahl höchstpersönlich rückgängig gemacht hat. Allein dieser Vorgang ist schon komplett antidemokratisch und asozial. Aber danach wurde dann der linke Politiker Ramelow übergangsmäßig gewählt in einer Minderheitsregierung und sagte selber, dass er das Amt nur zum Übergang weiterführen wird und schnellstmöglich Neuwahlen machen wird. Tja, und das ist selbstverständlich bis heute nicht passiert. Dieser lügende Ramelow regiert bis heute noch in einer Minderheitsregierung. Tja, und diese Thüringen-Wahl 2020, das war für mich persönlich der Zeitpunkt, wo die Altparteien die Demokratie in Deutschland abgeschafft haben und unserem Land massiv Schaden zugefügt haben. Und wo war damals der Aufschrei? Wo war damals der Kampf für unsere Demokratie? Nirgends, ja? Und jetzt kommt ein illegal amtierender Innenminister der SPD, weil der gehört ja auch nur zu dieser illegalen Übergangsregierung und der will jetzt die Verfassung ändern und faselt etwas von Demokratie. Also ich glaube, mein Schwein pfeift, ja? Der Typ hat wirklich das allerwenigste Recht, hier von Demokratie zu reden. Aber schauen wir mal, was dieser antidemokratische SPD-Innenminister jetzt ändern will. Der MDR schreibt, es geht um Artikel 70 der Thüringer Verfassung. Er regelt die Wahl des Ministerpräsidenten und darin heißt es, Der Ministerpräsidenten wird vom Landtag mit einer Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Kommt es im ersten Wahlgang keine Mehrheit zustande, wird ein zweites Mal gewählt. Und diese Passage ist eindeutig. Ein Kandidat braucht also im ersten oder zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit. Schwieriger wird es aber, wenn die absolute Mehrheit zweimal verfehlt wird. Dann kommt es zum dritten Wahlgang und in diesen ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Und damit wäre sogar ein Kandidat gewählt, selbst wenn er nur eine einzelne Ja-Stimme bekäme. Nein-Stimmen würden gar nicht zählen, selbst wenn die Mehrheit der Abgeordneten mit Nein-Stimmen würden. Und genau das ist an dieser Stelle der springende Punkt. Aktuell ist es möglich, dass ein Kandidat Ministerpräsident wird, der mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen hat. Wenn er halt trotzdem immerhin noch die meisten Ja-Stimmen unter allen Kandidaten hat. Selbst wenn das nur eine einzelne Stimme ist, wenn nur ein Kandidat antritt. Und damit spielt der SPD-Innenminister natürlich auf den AfD-Kandidaten Höcke an. Björn Höcke wird von der AfD als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ins Rennen geschickt. Und der wird natürlich viele Nein-Stimmen von den anderen Parteien bekommen. Aber das ist vollkommen egal, wenn er trotzdem die meisten Ja-Stimmen aller Kandidaten hat. Und da die AfD die größte Fraktion sein wird nach der nächsten Wahl, die stehen ja bei 35 Prozent, wird er halt die meisten Ja-Stimmen bekommen. Und genau das will der SPD-Innenminister jetzt verhindern. Er will die Verfassung so ändern, dass eben niemand mehr mit mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen Ministerpräsident werden will. Und damit will er halt Höcke als Ministerpräsident der AfD verhindern. Und das ist, wie gesagt, das allerletzte und ein politischer Offenbarungseid. Und das ist ja auch vollkommen egal, ob man jetzt Höcke gut findet oder nicht. Das kann ja jeder sein eigenes Bild machen. Aber hier geht es darum, eine politisch-demokratisch gewählte Partei zu verhindern mit antidemokratischen Mitteln. Ich meine, stellt euch das mal vor. Die Altparteien können die AfD nur noch verhindern, indem sie die Verfassung ändern. Wie krank ist das bitte schön? Also anstatt die Altparteien jetzt vielleicht mal bessere Politik machen oder anstatt sie jetzt mal damit aufhören, unser Land zu zerstören, wollen sie jetzt einfach auch noch unsere Demokratie weiter zerstören, nur um an der Macht zu bleiben. Und das ist, wie gesagt, eine rote Linie. Man kann ganz deutlich festhalten, Thüringen hat die mit Abstand undemokratischen Politiker in ganz Deutschland. Erst dieses antidemokratische Wahldebakel bei der Wahl 2020 und jetzt auch noch der Wunsch der Verfassungsänderung, nur um die politische Konkurrenz ruhigzustellen. Das ist, wie gesagt, echt geisteskrank. Was sagt ihr denn zu diesem Vorhaben? Was sagt ihr dazu, dass die SPD jetzt die Verfassung ändern will, nur um die AfD zu verhindern? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.